Das Crew, mit ihr allein! Und um das Spiel hätten die Leute auch nicht gemagten, ja? Unsere Küche mit ihrem Sous-Chef, Rado! Und um diesen Mann, der die Leute auch jeder abgesehen, noch gehört, unser Techniker Ratsch! Applaus Ähm, bitte vergessen Sie nicht, dass von nun an wir, Sie, meine Zeitmaschine, mein großartiger Großvater, Tante Katharina und ich für immer ein Teil Ihrer Erinnerung sein werden, ja? Es war mir eine große Freude, Ihre Professorin, Chambers! Applaus Sie haben es mitbekommen, der kosmische Chronograph hatte einige Probleme, ich werde ihn jetzt reparieren, kann daher nichts mehr für Ihre Sicherheit garantieren, deswegen müssen Sie jetzt gehen! Meine beiden Ingenieure werden Ihnen den Ausgang zeigen, beziehungsweise tanzen, es war mir einfach genügend, haben Sie noch einen schönen Heiligabend, schöne Weihnachten! Bis bald, auf Wiedersehen! Applaus Applaus Danke schön! Tschüss!